Mediamach Leipzig, guten Tag! So, wo ist hier vorne und hinten? 200 Bild hab ich! Bald! Scheiße! Mit der Scheiße hier! Wie geht denn das? Ich komme nicht her! Wie? Ich seh nicht! Einen schwarzen Bildschirm hab ich! Einen schwarzen Bildschirm! Ein ganzes Wochenende! Scheiße! Ja, am besten mal herkommen! Ich war da schon mal dort und hab das Ding gekauft! Jetzt bin ich Heime gefahren mit der Scheiße! Wie geht denn das? Am Telefon ist sowas sehr schlecht! Wo kann man denn hier überhaupt, dass wir mal hier, dass wir mal was sind? Ja, also wie gesagt, von der Fahne an! Nicht! Kabel alles dran! Ich hab sogar eine Kassette! Also am besten mal herkommen mit dem Kassenzettel und da gucken wir uns das mal an! Ich schmeiß die Scheiße aus dem Fenster raus! Wie gesagt, schau mal rein, da gucken wir uns das hier an und da werden wir sehen, was wir machen! Ich hau ihn weg! Die Scheiße! Ich muss das nicht unbedingt machen! Wirklich? Da hat er sicher Geld gekostet! Ja! Ja! 699 Schmorg! Scheiße! Hier! Hier steht! On! Öff! Soll ich da drauf trinken oder was? Na, trinken Sie doch mal drauf! Wenn's ordentlich angeschlossen ist, trinken Sie doch mal auf den Netzschalter! Jetzt geht er! Na, sehen Sie! Das gibt's doch garne! Na! Aber wenn Sie da noch irgendwie mit irgendwas nicht zurechtkommen, können wir Ihnen das hier oben in den Geräten hier zeigen! Nee, der geht! Der geht! Das gibt's doch garne! Der geht! Ich hab hier auf den Knopf gedrängt und der geht! Na wunderbar! So ne Scheiße! Der geht! Ich rede mich öff im Wochenende und der geht! Oh! Na wunderbar! Wunderbar! Prima! Prima! Alles klar!